Guild Wars 2 ist, wie allgemein unter meinen Abonnenten bekannt, mein absolutes Lieblingsspiel. Nein, nicht nur mein Lieblings-MMO-RPG, nein, mein Lieblingsspiel. Die packende Story, die aufregenden Abenteuer, die gigantischen Heldentaten, die monatlichen Updates, die total individuellen Charaktergestaltungsmöglichkeiten, die spannenden, aufregenden Klassen, die man so spielen kann, wie man selber gerade Lust dazu hat, die verschiedenen Rassen, die Konflikte, die Story dahinter, das ist alles echt der absolute Hammer. Und dafür habe ich nur einmalig Geld bezahlen müssen und kann jetzt für immer kostenlos Guild Wars 2 spielen. Tja, das ist schon ziemlich geil, aber für manche ist das auch ziemlich teuer, so auf einmal so ein Spiel kaufen und vielleicht mag man es ja doch nicht und ja, und wie ist denn das und kann man es testen und ja, ihr könnt mal wieder Guild Wars 2 kostenlos testen und zwar vom 23. bis zum 25. August habt ihr die Möglichkeit, Guild Wars 2 kostenlos Probe zu spielen. Am besten, ihr meldet euch jetzt gleich an, erstellt einen Account, ladet den Klienten runter, dann habt ihr das Spiel schon mal fertig auf der Platte für den 23. bis zum 25. August, könnt ihr frisch rein starten. Meine Empfehlung, probiert mal Rassen und Klassen durch und Storylines und schaut, ob irgendwas davon euch wirklich fesselt. Bei mir war es dann so, dass mein zweiter Charakter mich an dieses Spiel gefesselt hat. Ja, und vielleicht sieht man sich dann ja auch mal irgendwann in Tyrion, ne? Bis dahin, viel Spaß euch! Bis dahin, viel Spaß!